Damit sollten wir den Gegner auf jeden Fall stärker schwächen als uns selbst. Auf geht's, wir stürmen an. Wir lassen uns nicht zurückbringen, wir lassen's, wir pushen weiter vor. Jetzt will ich einen Gegenangriff sehen, der sich gewaschen hat, jawohl, jawohl. Oh, ich bitte dich. Oh, ich bitte dich, was ist denn jetzt? Was soll denn das? Ja, los. Und jetzt, jetzt mach einen geilen Angriff, Peskenius, komm. Und wir kriegen Blünderungsreichweite. Keine Sau interessiert Blünderungsreichweite. Ach, bitte. Ach, komm. Ja, also. Okay, pass auf, wir teile und herrschen. Nutzt das Chaos in den Reihen eurer Feinde aus, indem ihr ihre Truppen in kleinere Gruppen teilt, die so problemlos besiegt werden können. Ah, oder wir machen Kavallerieansturm. Machen wir Kavallerieansturm, Freunde. Ah, wir kassieren schon auch heftige Verluste, gell. Wichtig. Sehr, sehr wichtig. Ja, irgendwie kriegen nur wir auf den Deckel. Also, wir werden auch wieder keine Erfahrung sammeln, weil wir ständig angegriffen werden. Es wäre jetzt wichtig, die hier noch unter diese Grenze zu dreschen. Da. Ja, genau. Oh, ja, komm. So, wir haben die Grenze erreicht. Wunderbar, Freunde. Immerhin. Immerhin. So, jetzt geben wir ihn nochmal richtig. Das ist schön. Jetzt machen wir nochmal einen geilen Angriff. Wunderbar, perfekt. Perfektes Ende. Perfektes Ende, Freunde. Wir zeigen Gnade. Wir zeigen Gnade. Wir haben gerade vier Moral gewonnen. Wir haben gerade vier Moral gewonnen. Und deswegen zeigen wir Gnade. So, wir haben neun Armee-Erfahrungen bekommen und zwei Moral. Sehr gut. 27 Denari und fünf Sklaven. Leider sonst nichts bekommen, aber wir haben sie zurückgeschlagen. So. Wie sieht's aus? Ach so, ja, wir müssen wieder warten. Ja, let's go. Dann lass uns doch warten. Bis wir wieder fit sind, Freunde. Boah, Bro. Zesu ist geheilt. Maximus ist geheilt. Wunderbar. Und wahrscheinlich dürfen wir jetzt gleich nochmal ein bisschen länger warten. Weil Syneros noch nicht geheilt ist. Ja. Wie ich's mir dachte, Freunde. So, wir holen uns erstmal hier ein bisschen Cash. Wir müssen aber so langsam auch mal auf unsere Ressourcen achten. So langsam aber sicher müssen wir auf unsere Ressourcen achten, Freunde. Wieder nichts. Kriegst nochmal 110? Es ist fantastisch geworden, mein Freund. Es ist fantastisch geworden. Und die Standarte wird uns richtig helfen. Okay. Mulsum. Genau. Du hast die Krähenfüße und den Verband. Das ist für mich in Ordnung. Okay. Wo ist ein weiterer Triarius? So, machen wir so. Du darfst dich immer zurückhaltend und liebevoll selbst loben. So wie du's bisher immer gemacht hast, Sextus. Und jetzt müssen wir den Gegenangriff starten. Das bringt uns bisher noch gar nix. Also diese Dingwerkstatt zu bauen, entweder kapiere ich nicht, wie sie funktioniert oder sie bringt uns momentan einfach nur nichts. Sechs Stunden müssen wir noch warten, das ist ganz gut, weil in der Zeit wird das Spekulatores-Zelt nochmal aufgefrischt. Ah, das können wir machen. Zack. So, Sineros wurde geheilt. Und das Legatus-Zelt wurde aufgefrischt. Gut. Dann holen wir uns nochmal kurz unsere Auffrischungen. Schauen, wie viel wir da noch übrig haben. Sineros ist geheilt, das heißt, wir machen uns jetzt weiter auf den Weg für unsere Aufträge. Unsere Armee schicken wir da hin, wo wir sie vorher hinschicken wollten, aber immerhin sind jetzt wieder alle unsere Leute fit. Da habe ich ein bisschen gefailt. Da will ich jetzt sehen, wie viel da geht, weil wir brauchen auf jeden Fall noch ein paar Auffrischungen. Und eventuell müssen wir da nochmal, müssen wir da nochmal Auffrischungen machen lassen. Naja, nee, müssen wir eigentlich nicht. Geht. Gut, Freunde. Endlich können wir mit dem eigentlichen Krieg beginnen. Endlich können wir uns den Gegnern stellen. Zeig mir mal kurz. Eroberung Afrikas, okay. Ich würde sagen, wir tracken als erstes den Quest. Weil das ist eine wichtige Aufgabe, der wir uns stellen müssen. Mit unseren Spekulatores. Und währenddessen schicken wir unsere Armee weiter. So. Also. Armee. Die Nahrung brauchen wir jetzt nicht zwingend. Antipyrgus. Auf geht's. Jetzt ist es soweit. So. Wow, okay. Das ist wirklich am Arsch der Heide. Die Legende der Geisterarmee. Die Sonne brennt unerbittlich auf eure Gruppe nieder, wie ein unerbittlicher Feind, der einen wolkenlosen Himmel beherrscht. Der Weg führt euch durch eine kleine Ansammlung von Häusern, die um einen wundersamen Brunnen herum angeordnet sind und eure Brettoraner betteln um eine Rast. Eine kurze Pause schadet niemanden. Ihr steigt ab und füllt eure Wasserschläuche auf. Ihr steigt ab und bindet die Pferde an einer abgestorbenen Palme an. Als ihr den Weiler betretet, öffnet sich eine knarrende Tür und eine alte Frau strahlt euch an. Ihre zahlreichen Falten scheinen wie von selbst in ein warmes Lächeln überzugehen, als sie euch in ihr Haus einlädt, um der Hitze zu entkommen. Sie bietet euch Speis und Trank im Gegenzug für eure Gesellschaft. Das ist sehr nett von euch. Ich wüsste nicht, warum ich das Angebot ausschlagen sollte. Das Haus ist winzig und doch besteht sie darauf, eure gesamte Gruppe unterzubringen. Ihr drängt euch in den schummrigen Raum zusammen, dessen Fenster geschlossen sind, um die Sonne fernzuhalten. Die Frau tischt eine unglaubliche Menge an Essen auf und der Geruch exotischer Gewürze erfüllt schon bald den Raum. Während ihr mit euren Leuten speist und trinkt, versucht die Frau zunächst, euch Fragen über euch und die Reisen zu stellen. Spekulatores wissen jedoch, dass sie solche Informationen nicht preisgeben sollten. Schließlich beginnt die alte Frau, die sich offensichtlich sehr über eure Gesellschaft freut, eine Geschichte von einer Schlacht aus längst vergangener Zeiten zu erzählen. Sie erzählt von einer anderen Zeit, als Römer wie ihr durch diese Dünen zogen und ihr Großvater in einer Schlacht gegen sie focht. Die Berber waren zahlmäßig weit unterlegen, aber just als die beiden Armeen aufeinandertrafen, zog hinter der Berberarmee ein Sandsturm auf und wirbelte eine riesige Staubwolke auf. Die Römer nahmen fälschlicherweise an, dass nur ein riesiges Berberheer so viel Staub aufwirbeln könnte. Sie zogen sich zurück und die Schlacht war gewonnen. Das bezweiflich stark, römische Befehls aber kennen den Unterschied zwischen einem Sandsturm und einer Armee im Anmarsch. Armee hin oder her. Es war weise von den Römern, sich zurückzuziehen. Ein Sandsturm während einer Schlacht ist ein böses Omen der Götter. Welch eine glückliche Fügung für die Berber und schlau von ihnen, diese derart klug eins auszunutzen. Vielleicht gibt es hier eine Lektion zu lernen. Die alte Frau lächelt, erfreut darüber, dass sie die Geschichte interessant findet. Während ihr in Gedanken die Möglichkeiten abwägt, stellen einige eurer Praetorianer ihr Fragen und das Gespräch geht in eine andere Richtung. Ihre Geschichte bleibt euch auch dann noch im Gedächtnis, als ihr das Haus verlasst, euch wieder in den Sattel schwingt und aus dem Weiler reitet. Ihr erkennt, dass diese alte Geschichte tatsächlich eine Idee für eine Kriegslist birgt. Velites werden üblicherweise vor einer Armee aufgestellt, um sie vor dem Feind zu verbergen. Wenn ihr eure Plänkler in diesen Gefildnis stattdessen hinter die Frontlinien zurückzieht, könnten sie so viel Staub aufwirbeln, dass eure Armee zwei- oder dreimal so groß erscheint, wie sie tatsächlich ist? Ein solcher Trick könnte verheerende Auswirkungen auf die Moral des Feindes haben. Diese List solltet ihr euch für einen staubigen Tag bewahren. Okay, haben wir gut entschieden. Unsere Armee ist auf dem Weg, oder? Die ist auf dem Weg, sehr gut. Jetzt pass auf, es ist zwar ein unfassbarer Umweg, aber wir gehen jetzt erstmal hier entlang. Ich will erstmal hier alles abforsten. Let's go. Der Angriff findet gleich statt, den schaffen wir jetzt auch noch. Ich finde es so faszinierend, wie viel langsamer wir sind im Vergleich zu unserer Armee. So, Ligio Victrix greift Berber-Armee in der Antipyrgus-Region an. Wie immer, mein Freund, du übernimmst. Ich würde sagen, wir starten mit ausgedehnten Linien. Okay, hoffen wir, dass wir uns diesmal genauso gut anstellen, wie das letzte Mal. Erste Verteidigung sitzt, Freunde. So, unser Gegenangriff sieht auch gut aus. Das ist eine sehr kleine Armee. Ja, da verarscht uns das Spiel ein bisschen. Da zieht es uns ein bisschen aus. Aber es ist bisher zumindest ein stabiler Start. Ich glaube, jetzt werden wir dann gleich verteidigen müssen. Aber momentan sind unsere Angriffe... Ach, ich bitte dich. Also, naja, gut. Kannst dich jetzt drüber aufregen, wie du willst. Also, die Zufallsauswahlen sind so lächerlich. Sag mal, haben die jetzt gerade viermal die Bogenschützen genommen? Hier ist Geisterarmee-Wagnis. Hier kann man es machen. Ja, das brauchen wir hier nicht. Das brauchen wir hier nicht. Wir machen Pila-Werfen. Auf geht's. Wir bearbeiten die weiter. Ich glaube, wir sind zumindest, was die Menge an Kills angeht, ein ganzes Stück vorne. Jawohl, jetzt gehen wir nochmal drauf. Aber ich gehe davon aus, dass wir sie nicht komplett zerstreuen werden, die Armee. Das werden wir vermutlich nicht schaffen. Boah. Ui, ja, was für ein Angriff. Okay. Okay. Nice. Richtig starker Angriff gerade. Ganz wichtig. Ganz wichtig. Ja, wir kriegen Plünderungsreichweite. Es tut mir leid, ich kann der Plünderungsreichweite immer nicht viel abgewinnen. Ich kann hier einfach nicht viel abgewinnen. Oh mein Gott. Okay, jetzt ist das Spiel sehr, sehr gnädig mit uns. Nachdem ich mich vorher so aufgeregt habe. Das Wetter ändert sich. Die Schlacht hat eine Weile hineingezogen und das Wetter verschlechtert sich. Das könnte sich als Chance für euch erweisen. Wir könnten in Deckung gehen, dann pushen wir unsere Moral. Wir können auch Teile und Herrsche. Damit verlieren wir halt wieder Plünderungsreichweite. Oder wir greifen hier an. Hm. Schwierig. Da ich glaube, dass wir es eh nicht mehr bis ganz rüber schaffen, gehen wir in Deckung und pushen unsere Moral. Wir pushen unsere Moral weiter. Und ich habe so das Gefühl, das war die richtige Entscheidung, ja. Wir machen richtig dick Schaden gerade. Jetzt greift der Feind mal an. Ja, doch, schlägt gut zurück. Aber die Verteidigung steht. Und das ist wichtig. Die Verteidigung muss stehen. Wir haben in dem den guten Feldherrn ausgebildet. Der macht es stark. Der macht es richtig stark. Ich denke, das ist der vorletzte Angriff. Der gebührt nochmal den Gegnern. Hör mir auf. Ja, wir dürfen... Aber irgendwann dürfen wir auch wieder angreifen, oder? Also wäre schön... Nee, wir dürfen nicht mehr angreifen. Okay, der Gegner hatte deutlich mehr Angriffe jetzt. Aber wir haben gesiegt. Wir können jetzt den Feind entweder... Es bringt uns nichts. Wir zeigen wieder Gnade, ja. Wir zeigen wieder Gnade, weil wir an sich schon wieder... positive Moral erreicht haben. So, die feindliche Armee hat sich zurückgezogen. Sehr schön. 32 Erfahrung. Geil. Richtig geil. Verdammt starker Kampf. Okay. Sendet eure Region aus, um Antipyrgus zu befrieden. Ah. Kosten 200. Kosten 10 Erfahrung. Das sind die zwei Möglichkeiten, die wir haben. Ist nicht sehr viel. Aber dann senden wir sie hier aus. Um das Lager der Einheimischen zu übernehmen. Ah, stopp. Oder hier. Kostet 100 Nahrung. Nee. Das ist es jetzt nicht unbedingt. Nee, machen wir die... Nehmen wir die 10 Erfahrung. Go for it. So, hier sehen wir, wie sich die Armee zurück... Stopp, stopp, stopp. Was macht ihr denn? Was macht ihr denn? Wieso funktioniert das nicht? Gescheit. Scheit. So. Die Erhobung, Ziel erreicht. Sehr schön. Aber uns wird die... Die Region gar nicht komplett gezeigt. Fällt mir gerade auf, gell. Wir sollten vielleicht hier... Das ist aber ein Umweg. Aber wir haben noch genug Wasser. Wir haben noch genug Wasser. Okay. Let's go. Stopp. Stopp. Da ist die Berber-Armee. Okay. Die flieht jetzt hier runter. Na, das Wichtigste ist jetzt schon erstmal hier. Schaffen wir das noch? Die Sägemühle einnehmen? Das nenne ich mal einen verdammt krassen Umweg. Kann man so machen, ja? Hätte es sicher auch... Geschicktere Varianten gegeben. Okay. Nächste Schlacht. Wir gehen direkt in die nächste Schlacht. Freunde, die haben... 10 Moral und 73 Erfahrungen. Das ist natürlich nicht so gut. Aber egal. Absolut. So, wir haben wieder ausgediente Linien. Das hat ganz gut funktioniert die letzten Male. Also gut. Eine Armee hat sich jetzt zurückgezogen. Das war natürlich... Ist natürlich immer scheiße. Aber wir hätten nichts machen können, um die komplett aufzulösen. Jetzt hoffen wir mal, dass wir in der Schlacht nochmal... ähnlich gut abschneiden. Ja, so wird es nix. So wird es nix, Freunde. Aber wir greifen weiter feuchtfröhlich an und machen gut Damage. Und das waren schon mal mächtig viel Schaden. Und der ist wichtig. Der ist wichtig. Und die gegnerische Mannstärke zu pushen. Also zu... vernichten. Das sind Verluste. Mit denen müssen wir rechnen. Und das ist ätzende Scheiße. Weißt du, wir kriegen Plünderungsreichweite. Und die kriegen 97 Soldaten, die sie zusätzlich töten. Okay, der erste Teil der Schlacht ist vorbei. Okay, wir machen den Ansturm. Wir gehen voll drauf. Wir gehen voll drauf. Und versuchen diese Armee an der Sägemühle komplett zu vernichten, Freunde. So, Risiko für Centuriones. Wurde verringert. Und es sieht ganz gut aus. Ich denke, wir kriegen das hin. Wichtig. Ja, aber wir kriegen immer so Prozente für irgendeinen Scheiß. Anstatt, dass wir auch mal 97 Schaden zusätzlich bekommen. Wisst ihr? Jetzt passt auf. Oder Legionsmoral. Das ist ärgerlich. Das ist einfach ärgerlich. Schade. Jetzt kommt leider so ein bisschen Pech dazu. Aber wir haben ja noch mal eine Möglichkeit. Ja, stehen bleiben ist ätzend. Aus eigener Kraft. Haben wir Vermisste? Wir haben ja gar keine Vermissten. Ja, dann lass uns aus eigener Kraft kämpfen. Auf geht's. Ich will was sehen, Freunde. Ich will was sehen. Ihr müsst euch da jetzt reinhängen. Ihr müsst diese Armee komplett zerstreuen. Also ich hoffe, dass wir zumindest einen Angriff starten dürfen. Er verteidigt auf jeden Fall gerade richtig stark. Das ist der dritte Angriff auf uns in Folge. Obwohl wir angreifen. Also die letzten zwei müssen uns gehören. Jawohl. Und damit haben wir die Grenze überschritten. Die dürften viermal jetzt angreifen. Viermal. Und jetzt kriegen wir noch die Moral reingedrückt. Nee, Risiko. Okay. Ja, die sind vernichtet, Freunde. Oh nee, die 50 würde ich gerne behalten. Ich lass sie feiern. Stark. Stark. Auf 100 Moral kann man, glaube ich, gehen. Wenn wir die Moral haben, dann ist die Armee richtig gepusht. So, 17 Denari, vier Sklaven. Leider keine Kiste bekommen. Okay. Dafür gehört die Sägemühle jetzt uns. Und ich will erstmal das Land, das wir, das jetzt uns gehört, hier ein bisschen genauer erkunden. Mann, Stärke zurückgewonnen. Okay. Sehr schön. Macht mal bitte den Auftrag hier oben. Ein hiesiges Dorf steht unter dem Verdacht, Vorräte versteckt zu haben, die für den Krieg von Nutzen sein könnten. Schickt eure Legionen aus, um das Dorf zu plündern und alles Nützliche zu konfiszieren. Auf geht's. Das macht ihr mir, Freund. Jetzt habe ich gar nicht geschaut, wie viele Erfahrungen wir bekommen haben. Ob wir Erfahrungen bekommen haben. Der Sklavenhändler, ein umgekippter Wagen, versperrt euch den Weg. Ein Rad scheint im Sand festzustecken. Ein zierlicher Mann schreit in einer Sprache rum, die ihr nicht versteht. Er spricht Griechisch, Domine. Es scheint, als wäre er ein Händler, der sich auf Servi spezialisiert hat. Okay. Einem eurer Leute befehlen, mit dem Händler zu reden. Sineros redet eine Weile mit dem Händler. Ihr seht zu, während sich der Gesichtsausdruck des Mannes langsam von freundlich zu angewidert, von angewidert zu verwirrt und schließlich von verwirrt zu entsetzt wandelt. Schließlich beginnt er zu schreien und rennt gegen Horizont davon. Sineros nickt und lächelt sichtlich mit sich zufrieden. Die Servi scheinen sich nicht sicher zu sein, wie es jetzt weitergehen soll und meiden euren Blick. Also, wenn wir die jetzt befreien, dann tötet die jemand anderes. Die Servi als eure eigenen mitnehmen. Eure Pretoriana treiben die Servi zusammen und machen sie zu euren. Jetzt haben sie einen neuen Dominus. Das mag jetzt schrecklich klingen, Freunde, aber es ist leider Gottes die Zeit. Wenn wir die hier rumlaufen lassen, holt sie sich jemand anderes. Und wir wissen ja wenigstens, was wir mit unseren Servi machen. Liegen wir wirklich auf, damit Dorf plündern. Okay. So, die sind wieder da. Freunde. 125. Okay. Ich will die Gerberei haben. Was ist mit der Kiste? Zack. Nehmt die mal mit. Ikem. Okay. Interessante neue Rüstung. Zeig mal her, was haben wir hier Schönes? Ein mittelschwerer Helm. Der deutlich mehr hergibt. Wer trägt mittelschwerer von uns? Wer hat Lust? Was trägst du denn? Du trägst ja einen richtigen Scheiß. Oh Gott. Er sieht einfach noch bescheuerter aus als vorher. Du spinnst. Ah, stopp. Du bist doch ein... Achso, du bist ein Triadius. Aus euch werde ich nicht schlau. Und was bist du? Eine mittelschwerere Rüstung. Ja, du kriegst auf jeden Fall... Das kann doch nicht sein. Das ist unser einziger W-List, den wir noch haben. Ja. Na, der andere ist gerade nicht dabei. Okay, du kriegst den hier. Den haue ich hier weg. Mittelschwerer Helm. Wem haben wir jetzt da das Ding gegeben? Ihm. Du kriegst wieder deinen starken Helm, mein Freund. Und du kriegst den geilen. Hier, zack. So. Wir haben noch irgendwie ein Schild bekommen. Mit vier Stärke. Ist aber insgesamt... Okay, der Basisschaden ist stärker. Ah, die Schildstärke ist gleich. Der kritische Schaden ist schlechter. Okay. Okay, gut. Ich will hier noch weiter rüber. Während sich unsere Legio darum kümmert, die Gerberei einzunehmen. Währenddessen schauen wir uns an, was wir hier noch Neues entdecken. Oh, schau mal her. Neuer Ort entdeckt, eine Sägemühle. Okay. Und wir haben eine weitere Gerberei erhalten. Sehr gut. Dann macht ihr weiter und holt euch den Bauernhof. Ihr seht, wir brauchen diese Sklaven. Ja. Wir brauchen sie wirklich. Die bringen viel Cash ein. So. Warum sammeln die das denn nicht mehr von selbst ein? Mach doch einfach. Braucht doch nicht immer meine Bemutterung dafür. Hier. Zack. Schön. Und dann würde ich sagen, geht ihr hier hin. So. Jawohl. Und weiter hier hin. Jawohl. So. Jetzt sollten wir so langsam, aber sicher mal wieder... ...zurück. Zu unserer Legion. Das ist natürlich jetzt wieder mal ein ellenweiter Weg, gell? Hm. Na, passt auf. Wir machen es anders. Wir holen uns jetzt das da hinten. Wir holen uns den Wagen da hinten. Da verbirgt sich ja noch irgendwas. Und die Armee schicken wir dann hier runter nach Diallo. Dort greifen wir als nächstes an. Und dort treffen wir sie dann auch wieder. Weil ich würde gern... Also wir müssen so ein bisschen... Ah, das sind neutrale Gebiete hier. Das heißt, okay, okay, pass auf. Neue Situation. Hier sind gar keine Feinde. Das heißt, wir haben jetzt den Norden eingenommen und schieben... Schieben uns so nach unten. Okay, passt, machen wir so. Wir haben den Bauernhof eingenommen. Eine ganze Menge Juwelen. Die Wüste beherbergt alle möglichen seltsamen Leute und ebenso seltsame Orte. Und immer wenn ihr eine größere Gruppe von Menschen seht, die in eine bestimmte Richtung unterwegs sind, ist es fast sicher, dass sie eine heilige Stätte aufsuchen wollen. So soll es auch am heutigen Tag geschehen. Ihr folgt der Spur dieser harmlos aussehenden Menschen und erreicht einen ungewöhnlichen Ort. Mehrere Monumente aus Stein wurden um ein Loch im Boden herum aufgestellt. Als ihr genau hinseht, stellt ihr fest, dass das Loch voller Edelsteine und Schätze ist. Dies scheint ein Schrein für einen obskuren Gott der Reisen zu sein. Wir sollten auch etwas spenden. Immerhin sind auch wir Reisende... Dummer Aberglaube. In diesem Loch verkommt der ganze Schmutz doch nur, nehmen wir ihn davon mit. Ich verkaufe... Okay. Nee, komm. 200 Dinarie. Wir sollten die Traditionen achten. Aberglaube ist großzügig skeptisch. Mögen es nicht. Ihr lasst ein paar Dinarie hier in der Hoffnung auf die Gunst der Götter des Landes. Doch selbst wenn ihr diese erlangt, ihr werdet es nie wissen. Das ist der Götterwille. Okay, gierig. Mag es auch nicht so gern. Unerschütterlich. Unerschütterlich. Gleichgültig. Ergeben. Okay. Es ist nicht mehr unerschütterlich. Loyal. Zögerlich. Gleichgültig. Zögerlich. Erfreut. 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 Okay, wir haben aber, glaube ich, ein bisschen was eingebüßt an unserer Loyalität. Leider auch bei Julia, meine Freunde. So. Aber das war's für heute. Wir haben den Krieg begonnen. Wir haben den Krieg jetzt auch nach Afrika gebracht. Wir haben hier zumindest eine Sägemühle, eine Gerberei und einen Bauernhof eingenommen. Unser nächstes Ziel ist Dialo. Wir müssen jetzt diese Berberstämme eben unterwerfen. Auch wenn der Hof des Himmels nicht mal sich da in Dialo befindet. Aber okay. Wir werden es schaffen. Wir werden es hinbekommen. Ich bin da zuversichtlich. Wir müssen uns auch um diese beiden Quests noch kümmern. Die darf ich nicht vergessen. Eigentlich sollte ich die erledigen, bevor wir... Ja. Bevor wir die Hauptquest fertig machen. Aber ich freue mich sehr aufs nächste Mal. Ich hoffe, ihr auch. Und wir sehen uns dann wieder. Haut rein. Bis morgen. Euer Unidensplay. Ciao, ciao. Ich hoffe, wir sehen uns dann. Ich hoffe, wir sehen uns dann.